Woran erinnert mich diese Struktur? Ist das irgendetwas Wucherndes? Ist es eine Kristallstruktur? Meine erste Assoziation war vielleicht auch eine außerirdische Lebensform. Vielleicht könnte man das alles auch als Ausschnitt oder Teil eines fremdartigen Skeletts sehen. Oder eines Teils, was wirklich noch im Wachstum begriffen ist und erst dabei ist, diese Strukturen zu bilden, die man dann sehen wird. Man könnte es aber auch als viel größere Struktur sehen, als irgendeine Struktur im Weltraum, im All. Wenn ich diese Strukturen sehe, dann sehe ich, sie werden von den Symbolen umfasst. Die Symbole sind außerhalb, stoßen hier so ein bisschen noch vor, sind irgendwie immer an den Rändern und lassen der Struktur keinen Raum zum Entkommen. Oder entscheiden eben, wohin das weitere Wachstum geht. Vielleicht sind die Symbole dann vielleicht doch eher die bedrohlichere Variante, die versuchen, diese friedlich vor sich hinwachsende Struktur irgendwie zu fesseln, anzugreifen oder sonst was. Das ist natürlich auch ein Bestandteil der fantastischen Literatur, dass sie durch solche Symbole irgendetwas in unsere Welt holen oder auch aus unserer Welt fernhalten können. Aber was es nun ist, da ich aus der Science Fiction komme und meine Gedanken nun um die Science Fiction eben kreisen, komme ich dann natürlich auch auf die Idee, Es könnte eine lebende außerirdische Struktur sein, die sich tatsächlich vielleicht auch noch verbreitern, ausweiten will. Oder aber es könnte irgendwie ein Röntgenbild oder eine Durchleuchtung von einem Detail einer Durchleuchtung eines Alienskeletts sein. Als Science Fiction Autor oder als Periolan Exposé Autor versuche ich natürlich jetzt sofort diese Struktur irgendwo zu entschlüsseln. Das Periolan Universum ist so vielfältig, sie könnten jetzt wirklich suchen und würden auch irgendwas finden. Aber das ist damit unter Garantie nicht gemeint. Wobei sie jetzt natürlich unter Garantie einen Fan haben würden oder einen Leser haben würden, der dann sagen würde, Ah, er hat damit die Asporcos aus Band 427, Seite 37, Abschnitt 3 gemeint. Aber Ali also nicht für den richtigen Ansatz. Es kann was verhältnismäßig Kleines sein, es kann aber auch irgendwie was verhältnismäßig Großes sein. Wenn Sie zum Beispiel Bilder sehen, reelle Bilder, die heute von den heutigen Weltraumteleskopen gemacht werden, wie da komplexe Formen, die aussehen wie kleine Wolken oder so kleine Milchverwirbelungen in einem Glas, wie sich die als Lichtjahre große Sternenwolken entpuppen. Das ist alles eine Frage der Relation, es ist alles eine Frage der Größe. Ich habe irgendwann mal als Kind, da gab es mal so eine Science-Fiction-Serie, die hieß UFO. Da wurde die Erde von Außerirdischen irgendwie angegriffen. Und dann gelang es denen tatsächlich, sie zurückzuverfolgen zu ihrem Planeten und da auch Bilder zu schießen. Aber da war die Kamera kaputt und die hatten jetzt keine Maßstabsangabe. Und das, was sie geschossen hatten, das konnte 30 Meter oder 30 Kilometer oder 3 Meter groß gewesen sein. Und dadurch war ihnen absolut unmöglich zu bestimmen, was sie da gesehen haben. Und so ein ähnliches Phänomen sehe ich natürlich hier. Es kann also wirklich eine exotische Blume sein oder ein exotisches Gewächs sein. Es kann der Teil eines Skeletts sein. Es kann natürlich auch wirklich eine kosmische Struktur sein. Ganz egal, was es ist, durch die roten Symbole wird es eingegrenzt, wird es umgeben. Und bei mir ist eben der Eindruck da, das ist jetzt eben auch ein Teil dieser Dynamik, diese Symbole halten es im Schach. Jetzt bin ich mit dem Latein aber erst wirklich mal am Ende. Und jetzt bin ich mit dem Latein.